Welche Aufgaben hat der Schiedsrichter? Und wird Fußball auf der ganzen Welt gespielt? Das alles verrät der Was-ist-was-Junior-Fußball. Außerdem viele weitere Lieblingsthemen für Kinder ab fünf Jahren mit aufschlussreichen Infokästen, spannenden Aktivelementen und vielen unterschiedlichen Entdeckerklappen. Und wer hinter die Entdeckerklappen schaut, lernt noch mehr. Interaktives Wissen und witzige Spiele zu Was-ist-was-Junior gibt es auch im Internet unter www.wasistwas-junior.de